So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Together FIFA 13. Wir machen weiter in unserem Marathon den gesamten Bundesliga-Spieltag, also den 17. Bundesliga-Spieltag zu spielen. Jetzt kommt Düsseldorf gegen Hannover. Düsseldorf, das spielt der Nils. Und Hannover, das spiele ich. Also der Team, hey, lau ist sogar richtig. Wir sind schon in der 5. Jahreszeit angekommen. Ja, ich bin gespannt. Ein ganz interessantes Spiel. Da ist viel Pfeffer drin. Und Düsseldorfer hat den Anstoß über Voronin, wo man noch nicht so richtig weiß. War das nicht ein absoluter Fehlkauf? Beziehungsweise, soweit ich weiß, ist der sogar noch ausgeliehen. Reisinger. Immer ein guter Mann. Und die Düsseldorfer direkt mit dem anderen. Und es gibt Elfmeter, oder was? Es gibt Elfmeter. Und ich weiß noch nicht mal warum. Und er schießt ihn an den Pfosten. Es gibt hier nach 3 Minuten Elfmeter und der Ball landet am Pfosten. Und nach 6 Minuten führt Hannover 2 zu 0, dann würde ich sagen, ganz verrückte Welt hier. Aber das ist es natürlich noch nicht. Also soweit sind wir noch nicht. Tja. Die Düsseldorfer geben hier aber richtig Vollgas am Anfang, muss man sagen. Zieler mit dem Abwurf auf Cerundolo. Und die Hannoveraner tun gut daran, jetzt ein bisschen Ruhe reinzubringen. Über Schmiedebach. Und Schlaudropf, der da nicht an den Ball kommt. Und Gerundolo wieder. Mein Gott, die beißen aber auch, die Düsseldorfer. Man merkt richtig, dass die wollen. Jeder Ballverlust wird hier direkt ausgenutzt. Hier ist alles gefährlich. Jedes Mal noch ein Fuß dazwischen. Es gibt Eckball und Ron-Robert Zieler hier nach 10 Minuten schon die Fäuste am Ballen. Als geht es hier um jede Minute. Mein Gott, sind die gerade aggressiv. Aber aggressiv in einer ganz positiven Art und Weise. Voronin. Dem lässt man da aber auch die Möglichkeit. Philippe klärt. Husch die jetzt mal. Die Hannoveraner. Und ich sage es nochmal. Bringt Ruhe rein, Jungs. Und nicht sowas da. Nicht solche Scheißpässe, die dann zu nichts führen. Nächste Welle jetzt wieder von Düsseldorf über Fink. Und jetzt reicht es Philippe, der da mal mit dem Fuß dazwischen geht. Und deshalb gibt es jetzt Freistoß für Düsseldorf. Und Philippe macht da einen Fehler, kam nicht zurück. Panda hat jetzt aber aufgepasst mal. Und jetzt war der Konter für Hannover. Panda. Christian Panda. Und hinten Jakuna. Und der sieht Stindl. Und Stindl, und das ist plötzlich gefallen. Das 1 zu 0 in der 17-Minute von Hannover. Die erste Chance. Und das ist ganz allein das Tor von Stindl. Wobei ich sagen würde, Jakuna kriegt daran auch noch ein paar Prozent. Weil die Übersicht und die Genauigkeit des Passes war toll. Aber was der Stindl dann da macht mit dem Ball. Schnell rübergelegt und einfach ganz eiskalt abgezogen. Das war Wahnsinn. Gar keine Chance für Giefer. Und Düsseldorf liegt jetzt zurück gegen Hannover. Verrückt. Ganz verrückt. Und jetzt spielt Hannover hier. Über Hushti. Über Sergio Pintuda Silva. Der Mann, der plötzlich innerhalb einer Saison direkt zwei neue Namen bekommen hat. Voronin. Warum denn nicht? Und das war schön. Die Idee war schön. Und den Mut dann zu haben. Alles ist schön. Und die kriegen wir den Ball nicht raus. Das ist doch verrückt. Da tut mir Düsseldorf sogar leid. Weil sie... Wenn sie sowas ausnutzen könnten... Und wieder Stindl. Warum denn nicht? Und jetzt der Ball nach vorne. Und Zeit vollzieht. Und was habe ich noch gesagt gerade. Wenn es nach 20 Minuten 2-0 für Hannover steht, ist dieses Spiel verrückt. Und es steht nach 24 Minuten 2-0 für Hannover. Und was der Schlau drauf da macht. Das ist wieder was für die Galerie. Das kennen wir ja noch aus seinen Aachener Zeiten. Das ist ja schön. 2-0. Und jetzt bin ich gespannt, wie Düsseldorf damit weiter umgeht mit dieser Situation. Also abschießen lassen werden sich doch hier nicht. Dafür kamen sie viel zu cool rüber gerade. Mit viel zu großem Willen. Voronin. Und jetzt dieser Pass auf Reisinger. Und der verschimmelt das Ding. Zieler kam da gut raus. Hushti. Panda wird ja wenig unterstützt. Jetzt kommt erst Kusch die da runter. Ja, ist ein Foul. Deshalb ist das gerade noch Vorteil. Fink. Ist ja ganz verrückt. Die Situation jetzt. Die Düsseldorfer mit viel mehr Schwung ins Spiel kriegen den Elfmeter. Verschießen den nach 3 Minuten. Jetzt ist Bellinghausen durch. Wer in Bellinghausen rüberlegt ordentlich. Das macht er nicht. Was er aber, wen er da gesehen hat, weiß ich nicht. Und jetzt läuft wieder Stindl. Für mich bisher der Mann des Spiels. Weil er dieses eine Tor super gemacht hat. Und das andere vorbereitet hat. Indirekt durch seinen Schuss. Da ist wieder Hannover, wie man es kennt. Sie spielen ja Europa League. Sie haben also die Qualität. Und das hat Düsseldorf nicht. Also sollte man eigentlich meinen, man sollte Düsseldorf schlagen. Das sah nach 5 Minuten ganz anders aus. Ja, Conan. Da wollen sie zu viel. Da wollen sie sich zu viel durchtrimmeln. Aber schön zu sehen, dass man da was aus der Zentrale versucht. Und Düsseldorf ja, die kommen jetzt gerade nicht mehr so ordentlich ins Spiel. Schön rübergelegt. Pinto geht er auf Giefer zu. Oh mein Gott. Und das für dich? Oh, das für... Einwurf für Hannover. Interessanterweise. Schön gesehen, dass Ayako Nahm sich freigelaufen hatte. Boah ey. Hau ab da. Und Giefer mit dem Abschlag. Und Hannover wieder in den Ball besitzt. Lamberts. Ich sage ja immer der alte Bengalo-Freund. Voronin. Der hatte schon seine Möglichkeiten. Ja, Conan. Boah, jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Das ist eine Situation für Schmiedebach. Der macht es. Nicht Giefer mit einer Superparade. Jetzt das Silber mit der Ecke. Und ich bin gespannt. Da ist Philippe. Voronin köpft richtig raus. Jetzt ist Reisinger am Ball. Und es geht jetzt direkt in die Richtung vom Tor der Düsseldorf. Der Hannoveraner. Und jetzt ist Halbzeit. 2 zu 0 führt Hannover gegen Düsseldorf. Das Spiel ist verrückt. Weil es fast angekündigt wurde. Und da sehen wir doch mal das Tor von Schlaudorow. Schön gemacht. Da musst du auch erstmal das Selbstbewusstsein dafür haben. Und es tut ihm gut. In Hannover zu spielen. Ja. Wir gehen ab in die zweite Halbzeit. Die Statistiken haben wir uns gerade kurz angeguckt. Ich habe sie nicht weiter kommentiert. Wichtig ist sowieso, dass die 2 auf der Seite von Hannover steht. Und die 0 bei Düsseldorf. Aber Düsseldorf ist nicht chancenlos. Da war auch Unglück dabei. Und scheinbar wird bei Düsseldorf noch einiges gemacht. Norbert Mayer, der Taktikfuchs, hat da noch was vielleicht umgestellt. Mal gucken. Die Düsseldorfer waren auf jeden Fall länger in der Kabine. Sind jetzt draußen. Sahin kommt, Kruse kommt. Sahin raus, Reisinger raus. Ja, er gibt also Voroni weiter eine Chance, der auch wirklich gut gespielt hat. Man sieht dann eher den Reisinger als Problem. Scherundolo. Schön. Ey, der war auf dem Feld. Ja, der stand da eigentlich auf dem Feld. Das habe ich ganz genau so gesehen, wie der größte Teil der Fans hier gerade im Stadion. Lange Necke. Bellinghausen. Der hat jetzt Platz. Da muss er jetzt nur was draus machen. Versucht es über die normale Passvariante anstatt die Flanke. Hat leider nicht funktioniert. Jetzt kann man darüber streiten, ob das der Fehler war. Und das ist toll. Silber legt drüber und... Ah. Hinten Hushti hat keine Chance ranzukommen. Giefer. Weiter Abschlag. Und der Witter... Ich meine, das war Scher, ihn relativ weit alleine gelassen. Voronin. Musst ihr es jetzt alleine machen hier. Es ist... Es gibt... Es gibt wieder Elfmeter. Und es ist verrückt, weil diesmal war es kein Elfmeter. Warum? Man weiß es. Man weiß es nicht. Und diesmal lange Necke rein in die Mitte. Und es steht 1 zu 2. Verrückt. Da kriegt Düsseldorf jetzt 2 Elfmeter und die könnten hier selber 2-0 führen und legen eigentlich 2-0 zurück. Und jetzt steht es 2-1. So. Bin gespannt, wie Hannover hier weiterspielen wird. Ob die das schockt. Oder ob sie genau weiter so machen. Im Moment. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir Hannover genauso stark sehen werden wie vor dem Gegentor. Die haben eine mentale Stärke. Die ist beeindruckend. Ja, Kunan. Steckt da schön durch. Da überlaufen sich da die Düsseldorfer ein bisschen. Und jetzt der Schlau drauf, der alte Künstler. Und wenn der den besser trifft, steht es hier 3-1. Das sieht auch Slomka so. Der ja auch noch vor kurzem verlängert hat. Bis 2-16. Schöner Ball auf Schlau drauf. Oh, ja. Kommt trotzdem dran. Schön durchgesteckt. Auf Schmiedebach. Schmiedebach sieht da jetzt. Stindl. Und Stindl mit dem 3. Tor. Das ging total in den Winkel. Also seinem 2. Tor und dem 3. von Hannover. Das war total toll gespielt. Das war ja absoluter Wahnsinn. Wenn man sich das mal jetzt nochmal anguckt. Ich hoffe, diese ganze Stafette wird uns dann noch angezeigt. Wird uns leider nicht angezeigt. Aber was der Stindl da das Ding da oben reinhaut. Giva musste sich ziemlich lange strecken. Und der hätte sogar noch fast dran gepasst. Also der Ball musste genau dahin, wo er hingekommen ist. Toll. Richtig tolles Tor. Da sind sie ja als Mannschaft aufgetreten. Das war hier nicht nur eine Einzelleistung. Stindl hätte dieses Tor niemals machen können. Ohne seine Jungs. So. Jakunan. Gegen. Der macht es ja auch gerne mal im Tor. Das war ein bisschen egoistisch von ihm. Jetzt gibt es Freistoß. Klar, die sind da drüber gelaufen. Sahin. Also er kam von ihm aber noch nichts gesehen. Wurde eingewechselt. Ja. Mein Gott, wie ich das mache. Stindl. Und wenn der in der Mitte den Schlau drauf sieht. Der alte Fuchs versucht er zu lupfen. Da ist Jakunan. Wow. Der ist kein Kopfballspieler. Nein. Wie viele Chancen bekommt ihr Hannover noch, ey. Ach, ey. Mein Gott. Ey, das ist Trubol. Schmied. Schmiede. Schmiede. Jakunan. Oh, da wird es fast noch gefährlicher, als dass er es Jakunan hätte machen können. Oh, Traupass. Das war ein richtiger Traupass. Jetzt die Würfeldauer mit Schein. Er muss den rüberlegen. Und da ist Voronin und der belohnt sich hier. Für seinen wirklich gar nicht mal so schlechte Leistung. Er wurde ja oft von der Presse niedergeredet. Hier zeigt er, dass er kein schlechter ist. Macht das 2 zu 3. Und dadurch wird es jetzt nochmal spannend. Wir sind erst in der 75. Und das hat er auch toll gemacht. Da sieht man seine ganze Erfahrung. Also 15 Minuten bleiben Düsseldorf noch. 15 Minuten muss jetzt auch noch Hannover überstehen. Beziehungsweise für die ist das ja kein Überstehen. Das, was die hier machen, ist mit viel, viel Spielfreude zu spielen. So kommt es mir zumindest vor. Vandenberg. Und Jakunan, das sieht man ja ganz selten, wo an welcher Stelle der hier gerade um den Ball kämpft. Schön, Schmiedebach. Und Schmiedebach auf Stindl. Stindl legt zurück. Auf Giefer, der hier fast einen ganz falschen Abschlag macht. Schön nachgesetzt. Von Schmiedebach. Und da ist dann aber wieder der Giefer. Ist ja ganz verrückt. Zehn Minuten noch. Fink. Wohin. Mit einem Superpass auf Schahin. Aber von dem wir, wie gesagt, noch nichts gesehen haben. Jetzt mal vielleicht der Schein. Der muss jetzt auskommen. Und Ron Robel Zieler. Also das wäre ja fast das 3-3 gewesen. Hat er super gemacht. Da sieht man, dass dieser Schein trotzdem ein super Junge ist. Auch wenn man den nicht aufzieht. Ein Stürmer muss man ja auch nicht die ganze Zeit sehen. Ich erinnere mal an Roy Mackay. Das Phantom, der war immer plötzlich da. Und schöner Weitschuss. Also Düsseldorf ist immer noch da. Ein Wahnsinnsspiel. Schön, dass wir hier dabei sein dürfen. Zieler mit dem Abschlag. Jakunan setzt nach. Schlauthoff. Und da unten läuft natürlich der gute Stindl. Ja, das hat Stindl nicht gut gemacht. Da hätte er selber versuchen sollen, am Torwart 2 zu kommen, wenn Giefer schon rauskommt. Nächste Chance jetzt vielleicht sogar für Düsseldorf. Voronin verliert da leider den Ball. Also keine Chance für Düsseldorf. Sondern wieder Hannover im Angriff. Über Jakunan. Der kommt leider nicht an den Ball. Lamberts. Jakunan legt jetzt rüber. Aber kriegt den Ball wieder rüber. Schlauthoff oder ist es nicht? Jetzt der Nachschuss. Jetzt aber. Schlauthoff mit dem vierten. Also dem vierten Tor für Hannover und er selber mit dem zweiten. Schlauthoff und Stindl zerlegen Düsseldorf. Es steht 4 zu 2 für Hannover, die hier in Düsseldorf spielen. Und was für ein verrücktes Tor. Wenn man sich das mal da genau anguckt. Und ganz verrückt, Düsseldorf hier ist kurz vor dem, vor dem, vor dem, so und noch mal schlauthoff. Das sind Traumpässe, die sie hier spielen. Schmiedebach und wir haben das nicht das fünfte. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen. Vom Geschmack her. Mein Gott, keine richtig Köpfe, oder was? Oh, jetzt sind sie voll langsam gerade. Der Renngang ist richtig genau. So, jetzt muss der Abpfiff sein. Nein, noch nicht. Düsseldorf noch mal über Voronin. Schön gesehen von Voronin. Also der empfiehlt sich hier doch nur für weitere Spiele. Und Hannover und Abpfiff. Hannover gewinnt 4 zu 2 in Düsseldorf. Dank die Toren von Schlauthoff und Stindl. Ganz, ganz toll. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Und in der Spielstatistik steht drinnen, ja, ziemlich eindeutig. Genau doppelt so viele Schüsse aufs Tor und doppelt so viele Schüsse hat Hannover. Somit ein sehr zufriedenes erstellendes Ergebnis. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder.